Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 409 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dieses Haus wurde letztes Jahr im Herzen der Stadt fertiggestellt. Dieses Haus wurde letztes Jahr im Herzen der Stadt fertiggestellt. Die großen Wohnungen haben Südbalkone. Die großen Wohnungen haben Südbalkone. Wir sind zusammen in eine kleine Wohnung im zweiten Stock gezogen. Ich glaube, du hast Fieber. Das Fieberthermometer zeigt eine erhöhte Temperatur an. Ich glaube, du hast Fieber. Das Fieberthermometer zeigt eine erhöhte Temperatur an. Ich glaube, du hast Fieber. Das Fieberthermometer zeigt eine erhöhte Temperatur an. Es war nur eine leichte Erkältung. Zwei Tage später ist alles wieder in Ordnung. Es war nur eine leichte Erkältung. Zwei Tage später ist alles wieder in Ordnung. Ich gehe wieder zur Schule und mache meine Hausaufgaben nach dem Mittagessen. Deine Präsentation war schlecht. Du warst schlecht vorbereitet. Du musst dir mehr Mühe geben. Deine Präsentation war schlecht. Du warst schlecht vorbereitet. Du musst dir mehr Mühe geben. Dank unserer Kreditkarte können wir uns hier alles leisten. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Der Regen macht mir nichts aus. Ich habe einen durchsichtigen Regenschirm. Vergiss nicht, den Teppich im Wohnzimmer zu saugen. Vergiss nicht, den Teppich im Wohnzimmer zu saugen. Wir bringen diese Blumen zu unserer Oma ins Krankenhaus. Wir bringen diese Blumen zu unserer Oma ins Krankenhaus. Welches Kleid soll ich anziehen? Ich kann mich nicht entscheiden. Welches Kleid soll ich anziehen? Ich kann mich nicht entscheiden. Geh nicht so nah an die Enten. Sie können sich erschrecken. Geh nicht so nah an die Enten. Sie können sich erschrecken. Ich habe vier große Kekse mit einem roten Faden zusammengebunden. Ich habe vier große Kekse mit einem roten Faden zusammengebunden. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. Ich bin gestürzt. Mein Fahrrad ist umgekippt. Ich bin gestürzt. Mein Fahrrad ist umgekippt. Ich bin gestürzt. Mein Fahrrad ist umgekippt. Ich habe hier einen kleinen Snack für dich. Ich habe hier einen kleinen Snack für dich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe hier einen kleinen Snack für dich. Ich bin gestürzt. Ich bin gestürzt.